Also, ich bin schon seit Anfang an dabei und bin froh und habe mich gefreut, dass ich mich einbringen kann. Es sind so viele Aktionen, da haben wir Radtouren gemacht und dann haben wir eine Spende im Strandbad, im Businessstudio. Dann mache ich halt die ganzen Jahre, machen wir so Aktionen, Tischtennis-Turnier für die Götzshilfe und ich hoffe viel zusammenkommen. Ich bin halt einer von vielen, der sich engagiert und Freude hat, wenn er helfen kann. Und da kann man nur gratulieren, 40 Jahre Elternhaus.